die tiere gewachsen war schon weiß so wie ich das hier sehr abgekommt oder einfach deine schuld mit dem ist keine fehler machen es sind wieder frei natürlich natürlich ja ich würde das das ist jetzt auch ein bisschen futter für die schweiber du darfst heute nicht dran muss sein glauben nicht dran glauben kann kommen weißt du auf etwas rankommen ich bin dafür die von sich vergnügen wusstest du dass die farbe mit schafe mit farbe einperren kannst ja habe ich letztes erfahrt dass es funktioniert glückwunsch definitiv nein das heißt wir haben jetzt sechs folgen wirst du auch wieder so war die letzte mal so um die drei stunden schauen wir wir bekommen das ist bei dir ist aber mal schauen ende des tages war ich mich immer was habe ich überhaupt gemacht wo bist du eigentlich ein bisschen was papier machen kann sonst hatte ich immer das problem dass es mehr an ledermann und nicht an papier interessant dass es auch andersrum gehen kann alles ist möglich mit toyota hast du eine tostlose ecke hier einfach weißer teppich und du bist einfach abgestellt du armer hund man hast du nicht meinen namen bekommen ja ich hatte ich immer doch das tut ja auch ein holz ich habe bis jetzt keine gefunden ich habe extra knochen dabei jetzt der bräwe wieder schlafen natürlich schlaf ist wichtig mädchen schlaf ist wichtig ja ich stehe für gesund und schlaf und ich stehe für keine ahnung okay ach aber wir sind da unten pillager die können von mir auch saugen vergabeln ich begebe mich nicht zu den runden und die kann auch nicht hoch ähm was wollte ich machen ich wollte nach monstuchen gehen genau weil sonst kann ich gerade eh nix machen weil ich warten muss bis das zu kochner wächst ja einfach mal in die richtung wo du dein hund her hast sollte ja denke ich mir einfach noch bei einer spawn die frage ist machen machen wir das wieder so mit den villagern oder wie willst du das diesmal machen ich will dann ja die wieder anschaust und die dann züchtigst bis sie das machen was du willst genau mein dorf ist nicht so weit weg von hier da vorne ist er da ist ein und wie ich ihn gern hätte bleibt stehen ja der hund hat wahrscheinlich scharfe gekillt ach so hat er was gegen scharfe er geht doch manchmal scharfe der wolf geht scharfe wie märchen hast du dir märchen mal angehört früher hast du ein märchen fan nee eigentlich nicht so ich auch nicht das wird über die redet haben ja wenn ich jetzt scharfe angreife komm geht das scharf hat die toll gemacht papa schutz auf euch fertig gestorcht du hast immer dann denken ihr habt nur ein leben also riskiert es nicht willst du mir jetzt einfach kann ich euch ersetzen du ruft ihn einfach ich weiß wie man mit tieren angeht pack mal die in unserer gefangenschaft ich weiß wie man tiere gut hält ich weiß was die brauchen du weißt was die wollen ja ja ich weiß was die wollen ich weiß was die frauen wollen und ich weiß was die tiere wollen in der tat ja nochmal eins ist hier nochmal zwei auch bleib stehen die ecke mit dir du bleib steht und bleib steht mach keinen scheiß der eine hund den ich hier gerade am schichtschirm bin der sieht bei mir so süß aus aber bei dem ist irgendwas mit der augenfarbe verteilung schief gelaufen der hat einfach links blau und rechts grün aber egal das ist schönheitsmarke bis hat ein kleiner mischling ne deswegen bist du auch schwarz-weiß also bin ich weiter schwarz-augen echt ja okay weil sieht der hunde auch anders aus ne wahrscheinlich ja hast du schon gehört für micriff 1 21 sollen äh brüste für die wölfe rankommen oh cool ich mach auch bitte ähm ja war das gleich für auf reserve was der ein äh dings war was in einem ofen war vielleicht braucht ich brauche du brauchst mich nicht mehr da mache ich das ganze kiste rein aber nehmen wir ein bisschen was davon ab ja man hat auch runter gehen sollen so wo weiß hier essen beim grün soll essen da ist essen und das habe ich beim mittelfristig ich bin fast gestorben ich bin fast gestorben ich bin fast gestorben einfach nicht sterben wachsen sein gewachsen sein erwachsen sein vor der nase gewachsen oder vor der nase erwachsen naja jetzt muss ich jetzt hier ein größter teil des loches hier zugestopft keiner hat zwei deutlich gedacht außer du keiner hat zwei deutlich gesagt außer du professioneller dafür stehe ich mit meinem namen das ich weiß jetzt weiß ich was ich da ein tüger jetzt weiß ich was ich da ein tüger jetzt ich habe noch was dazu ich habe noch was dazu gelegt besser ist das ich wollte keinen knopf machen schalke schalke hat einfach gegen ebersweg verloren einfach blöd doch langsam wird sich auch schön hier unten ja vielleicht laternen einen höher setzen ja du bist mir in den kopf dran du hast dir angesammelt ja hab ich dir schon gut droppt geht der ab wie sau ne hier geht gar nix ab wie sau auch nicht wie ein kombi ne leider nein guck mal was ist mit dem ding los das geht ja wie sau geht der Porsche richtig hier wo geht der fern an uns vorbei gucke hier was ist denn das für ein kombi die pillager sind immer noch da am tüllen oh schau mich spaw schon dass ich richtig höre ja es ist Zeit für ne falle ne falle für die falle ach so ich will diese falle bauen ja guckst du denn die tüte da überhaupt noch ne die dafür sind die mobs zu intelligent geworden und ja 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 ich war mal tee und rum rühren das sind die t-beutel also wenn wir 30 können wir schon mal verzaubern das schon mal gut durch ihn zu sterben sagst du was willst du nicht für dich müssen ich musste da meinen das dumme dings 22 minuten habe ich das noch